Jo, was geht ab liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal, es geht heute um Assassin's Creed Valhalla, das Spiel bekommt ein bisschen Backlash, nur die Frage, die ich mir wirklich stelle, warum das so ist, und Watch Dogs Legion bringt PCs in den höchsten Einstellungen schwitzen, das ist gar keine gute Nachricht, aber kümmern wir uns mal kurz am Assassin's Creed Valhalla, das Spiel bekommt ja wirklich Backlash, und zwar wie GamePro schrieb, Assassin's Creed Valhalla angespielt, wie Aldi Saber auch nicht mehr, wir haben Assassin's Creed Valhalla angespielt, sind in der Preview aber nicht ganz überzeugt vom Spiel, Mein Problem mit Assassin's Creed Valhalla ist einfach folgendes, so wie mit Assassin's Creed insgesamt seit dem Reboot, ist, dass es mit Assassin's Creed überhaupt nichts mehr zu tun hat, es geht nicht mehr um Schleicheln und Mörcheln, es geht nicht mehr um Templer gegen Assassinen, es geht irgendwie um irgendwas anderes, ich weiß, ich hab das Gefühl, es geht darum, irgendwie The Witcher 3 so gut zu kopieren, wie es nur irgendwie geht, das ist wirklich mein Gefühl, was ich habe, und das ist mein Problem generell mit dieser Serie, also die Serie hat sich komplett entfernt davon, was Syndicate war, Was Braverhood war zum Beispiel, also das war noch Spiel für Assassin's Creed, das hier, ich hab keine Ahnung, man hätte es halt im Reboot irgendwie anders nennen sollen, aber wahrscheinlich hätte sich das dann nicht so gut verkauft, als wenn man Assassin's Creed draufgeschrieben hätte, aber gehen wir mal kurz drauf an, was hier so reingeschrieben wurde, das ist mein Problem mit Assassin's Creed, also das altbekannte Kampfsystem kommt mit sinnvollen Änderungen, Aber im Prinzip ähnelt sich das Ganze mit denen von Origins und Odyssey Generell fühlen sich Angriffen mit Axte und Co. wuchtig an als in Odyssey, okay Gegner schmücken sich jetzt mit einer Ausdauerleiste, okay Man setzt jetzt mittlerweile im Finish ein, also so WWE-Style Der Dual Reading hat man jetzt eingeführt, also man kann jetzt mittlerweile zwei Äxte oder was auch immer haben Und gleichzeitig als, wir würden gleichzeitig damit attackieren, die versteckte Klinger zurück, hey, 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 da kommt wieder ein bisschen Assassin's Creed vom alten Teil rein, Schleichen gibt es auch mittlerweile Schleichen machen sich wohl wieder effektiver und tödlicher an Ja, hat man ja in der letzten Reihe nicht mehr so gebraucht Und man heilt sich nicht mehr automatisch, jeee, ist ja Wahnsinn, naja, Balancing-Problem bringt das ganze Ding allerdings auch mit sich Dadurch, dass du wieder ein Skill-Tree hast, werden Attacken dadurch wieder ein bisschen mächtiger und dadurch werden Kämpfe wieder rum einfacher Ja, wie ich es schon gesagt Ja, Boss im Style, der Valkyrie aus God of War Ich habe hier geschrieben, das Spiel kommt mir rüber wie eine Mischung aus For Honor, God of War, Rise, Son of Rome und eben The Witcher 3 Wild Hunt Man nimmt quasi diese vier Zutaten, schmeißt einen Topf und dann hast du Assassin's Creed Valor Das ist wahrscheinlich, warum ich das weglassen werde, weil vor allem mit dem Release-Atom kommt das nicht hin Power statt Level, so funktioniert das Skill-System Also, ich weiß nicht, was man sich wirklich gedacht hat, keine Ahnung, das Spiel kommt ja raus am 17. November Aber das Problem ist zwischen dem 17. November Äh, da ist das Und dem 29. Oktober, wo Watch Dogs Legion rauskommt Also gerade mal zweieinhalb Wochen, warum man die Spiele so innerhalb von kürzester Zeit raushaut, ich habe gar keine Ahnung Und Watch Dogs Legion, habe ich ja gesagt, werde ich definitiv zocken Und zweieinhalb Wochen ist mir definitiv zu kurz Ich müsste Watch Dogs Legion in einem unfassbaren Tempo durchzocken Hochladen und dann warten, bis YouTube das in HD veröffentlicht hat Und die Zeit ist mir relativ zu kurz, ich müsste mir jetzt wirklich ein Tempo zulegen Das ist der absolute Wache, absolute Kracher Und ich würde sagen, Watch Dogs wird nicht ein Projekt sein, was ich Pi mal Daumen relativ schnell durchkriegen werde Also, ich würde nicht davon ausgehen, dass ich es wirklich mache Ich würde überrascht sein, wenn ich das wirklich hinkriegen würde Kommen wir mal dazu, was der GameStyle geschrieben hat Wo ruht das du hin, Assassin's Creed? Also, die ging ein bisschen tiefer darauf ein Und zwar, es macht wohl Spaß Aber die wissen selbst nicht genau, wo Assassin's Creed wirklich hin will Also, die Schlachten wird es definitiv nicht geben Also, von der Story weiß man wirklich gar nichts Außer, dass Evo seine eigene Agenda verfolgt Sonst weiß man im Prinzip nichts von der Story so wirklich Ia Evo Also, er besitzt wohl kein Charisma Also, verbindest du ihm keine Baust du ihm keine wirkliche Bindung auf Die Atmosphäre soll top sein Pluspunkt Kampfsystem Aber das Story weiß man wirklich nichts Äh Ähnlich magische Stimmung wie The Witcher 3 Ja, ich habe dir gesagt, es fühlt sich im Prinzip an wie Als würde man versuchen, irgendwie The Witcher 3 zu kopieren Oder zumindest versuchen zu kopieren Und dass du dann versuchst, so Gebiete einzunehmen Kommt mir so vor wie Rise, Son of Rome Obwohl ich auch nicht verstehe, warum es nie wieder Rise, Son of Rome 2 gegeben hat Muss ich zugeben Also, ich fand den ersten Teil mega geil Der technische Zustand der Demo bis Die Vahala-Demo lief nicht sonderlich rund Die PC-Vision litt unter mehreren Abstürzen Diversen Bugs Die KI der Sperrkrieger funktioniert Beispielweise überhaupt nicht Und eine ganze Weile konnten wir nicht mehr das Pferd rufen Okay, das ist sehr, sehr interessant Auch das Markieren von Feinden per Rabe klappte nicht Dieser holprige Bild muss aber nichts über das fertige Spiel aussagen Und Walter Before Release ist sowas nicht unnormal Ähnlich sah es etwa seiner Zeit mit der Demo von Origins aus Aber wir wollen euch die technischen Probleme nicht vorenthalten Es ist wie bei Halles schafft auf der Xbox Series X Wohl keine 60 FPS in 4K Also, wir werden 30 FPS, das ist echt ein Problem Keine 60 FPS, aber 4K eher nicht Wie Ubisoft gegenüber dem portugischen Euro-Gamer-Seite bestätigt Wird Assassin's Creed Vahala wohl auf der neuen Xbox Keine 60 Framerates in 4K schaffen? Also 30 FPS sind wohl garantiert Selbst auf einem hochklassigen Gaming-PC sind konstante 60 FPS im nativen 4K anspruchsvollen Nicht erreichbar, wenn das die 30 FPS nicht kann Ach du Scheiße Es ist daher ein bisschen enttäuschend wirkt, aber da Irgendwann hat Microsoft den Zusammenhang mit dem immer wieder von 60 FPS Ja, Microsoft macht immer falsche Versprächungen, das ist nichts Neues Dass Microsoft gerne viel erzählt und gerne polarisiert, ist normal Aber es profitiert Assassin's Creed Vahala von der Xbox Series X Ja, wenn ich das mögliche mache, mache ich das wahrscheinlich auf dem PC Gehe ich mal stark von aus Aber das ist keine 60 FPS Schafft es wirklich enttäuscht, weil 30 FPS fühle ich irgendwie altbacken Aber das merkst du irgendwann auch beim Spiel Kommen wir mal kurz zu Watch Dogs Legion, weil das ist für mich das größte Problem Watch Dogs Legion, höchste Einschränkungen sind aktuell sogar für die RTX 2080 Ti Ist zu viel Oh, und das ist keine guten Nachrichten für mich Das sind gar keine guten Nachrichten, weil ich will das Ding eigentlich auf dem PC machen Da kommt der Ding raus am 29. Oktober für Google Stadia, Playstation, Xbox und PC Die Performance-Eindrücke zusammengefasst Das Open World Action Adventure, Ubisoft glänzt durch die Fino Bringt bei Full-Half-Lösungen selbst eine NVIDIA ordentlich ins Schwitzen Keine 60 FPS, keine 60 Meter pro Sekunde in Full HD Genau bei FPS zahlen Nintendo zwar nicht, aber sind aktuelle Grafische auf das Maximum gestellt Und Retracing aktiviert, schafft NVIDIA aktuelles Spieler-Flug-Shift bei 1080 FPS Offenbar keine 60 Bilder pro Sekunde Also ich weiß nicht, ob Ubisoft faul ist Ich weiß nicht, ob Ubisoft keinen Bock hat Aber das klingt für mich danach, als hätte man wirklich überhaupt gar keinen Bock Das irgendwie noch hinzukriegen Bei 1000, weil keine 60 Bilder pro Sekunde in Full HD hinzukriegen Das ist ein Armutszeugnis für Ubisoft Und zwar komplett Braucht ihr für Watch Dogs Legion mit aktuell 3080 Ti? Alle Infos Zumindest muss ich mir später mal angucken Allerdings muss ich auch erwähnen, dass die Entwickler noch dreieinhalb Monate Zeit haben Watch Dogs Legion zu optimieren Ja, muss man das wirklich, muss man noch zugeben Die haben noch Zeit, das zu machen Aber es sieht aktuell so schlecht aus Außerdem stehen die Kantenglättungen in der PV-Vision noch nicht zur Verfügung Die in der Final-Vision des Spiels Einiges an Performance-Verlust Also das klingt definitiv nicht gut Auch man hat zwar noch Zeit Aber es klingt für mich aktuell echt nicht gut Du hast noch drei Monate Zeit Dreieinhalb Monate Und du schaffst keine 60 Bilder pro Sekunde Bei 1080p Ey, wieso ist das denn Werden wir es bei 1440 oder bei 4K? Also das sind gar keine guten Nachrichten Also ich befürchte, das Schlimmste muss ich zugeben Also ich befürchte, dass ich wirklich wieder auf den PS4 ausweichen muss Wenn es auf dem PC nicht wirklich rundlaufen sollte Das Problem ist auch Assassin's Creed Valhalla irgendwie Ich weiß nicht, was los ist bei Ubisoft Ich weiß nicht, ob sie keinen Bock haben Also würde sie decken mit der PK, die sie abgegeben haben Mit dem Ubisoft Forward Hatten sie irgendwie auch gefühlt Gar keinen Bock, das irgendwie durchzuziehen So schlecht war diese PK Also das soll es gewesen sein Von meiner Seite aus Liebe Leute, bis dahin Haut rein Und Tschüss